Ich biete die Villa Enivari als Privatverkauf an in Brunsee, Südsteiermark. Verhandlungsbasis 1,6 Millionen Euro. Sie ist perfekt renoviert worden in den Jahren 2021 und 2022. Die Wohnfläche beträgt 460 Quadratmeter, Gewölbekeller 38 Quadratmeter, Grundfläche 5800 Quadratmeter und die Aussichtsterrasse 50 Quadratmeter. Der Dachgeschossausbau ist ausschließlich im Naturholz angefertigt worden. Drei Garagen und Lagerräume. Es ist eine naturbelassene Parkanlage mit altem Baumbestand auf ebener Fläche und ursprünglich hatte diese Villa zum Schloss gehört. Wir haben hier, was noch erwähnenswert ist, erstens den Altbau, der Gewölbekeller und Erdgeschoss um 1750. Zweiter Altbau, Obergeschoss um 1850. Dritter Zubau für Sanitär- und Gesellschaftsraum um 1950. Und viertens fachmännische Renovierung von 2021 bis Ende 2022. Alle Böden sind im Bad der Marmorböden. Die alten Parkettböden wurden fachgerecht renoviert im ersten Stock. Alte Türen ebenfalls. Das ist alles aus Holz. Fenster sind neu. Eine Handanfertigung aus Holz. Die künstlerische Innen- und Außengestaltung wurde von mir gemacht. Ein alter beheizbarer Holzofen zum Kochen und Heizen befindet sich in der Küche. Und wir haben unten im Bad der eine Gastro-Küche vollkommen eingerichtet. Und mit Naturmarmor, Fliesen und Stein wurde das Ganze im Bad der renoviert. Und es sieht aus, als wenn es immer schon so gewesen wäre. Alle Kamine sind saniert. Die Innenausstattung auf Wunsch ist verhandelbar. Das ganze Haus wird mit Ölheizung betrieben. Aber es sind auch alle Kamine saniert und jederzeit ein Ofen anzuschließen. Die Bezugsmöglichkeit ist ab Vertragsabschluss und Kaufvereinbarung drei Monate. Später würde die Schlüsselübergabe sein. In diesem Haus gibt es vier Badezimmer. Wir befinden uns im ersten Stock. Es ist eher ein Damenbadezimmer in weiß gehalten. Alles ist hier neu. Marmorboden, Fliesen, vor allem die Installationen sind alle neu im ganzen Haus. Das Wohnzimmer oder das Saal im ersten Stock hat ca. 36 Quadratmeter, ein Raumhöhe von 3 Meter bis 3,10 Meter. Und er bietet uns als Gesellschaftsraum, weil hier der Ausgang zur großen Terrasse ist. Zum Verkaufspreis zählen nicht Luster, sondern die Küche und die Sanitärbereiche, aber keine Beleuchtungskörper. Der Raum wäre als Schlafzimmer sehr gut geeignet, wenn das Fenster geht in den Park oder in den Hof. Wir befinden uns hier im Dachgeschoss. Alles ist hier neu ausgebaut. Es ist alles nach neuesten Kriterien Wärme gedämmt. Wir haben eine Holzstiege hier herauf. Alles ist Vollholz hier gemacht worden. Und wir haben auch eine wunderschöne Aussicht in den Süden. Einer der Dachgeschosszimmer ist dieses hier. Wir haben den naturbelassenen Tram. Alles ist von altem Bestand. Teilweise haben wir erneuert. Und wir haben hier eine wunderschöne Aussicht in den Süden. Schlafzimmer, Kinder oder aber auch für Gäste oder auch selber. Dieses Zimmer ist im Dachgeschoss mit dem Blick nach Norde. Die Böden und alles hier ist aus feinstem, reinem Holz gemacht. Die Kamine sind neu saniert und auch mit einer Farbe belegt, die auch sehr gut hält. Wir haben hier alles mit Mineralfarben im Haus. Alles, wo es Ziegel oder Zement gab.